Die Sperrung. Wir kehren in zwei Grenzwerte zu treffen. Die zwei Lkw produzieren die Stadte. Die steht an der Runde hier, der ist komplett eingestellt. Und dann gehen wir noch mal ran ins Telefon. Ja, ich wollte hier die flue Verkehrszahle zwischen Euro, Friedrich und Friedrichstadt auf der Afriere. Also in beiden Richtungen. Das Land ist ohne Ende. Und die Leute sind sehr wertvoll. Ich blande nicht über den Schnee. Da stehe ich aber noch mal rein. Weil wir können hier angepasst und schon angefroren wieder. Ok, dann danke ich dir ganz herzlich. Tschö, tschau, bis noch dann. Ja.